Für unsere Zuschauer da oben, die sich jetzt fragen, was ist hier los im Parlament? Das ist der letzte Tagesordnungspunkt gewesen, den wir heute haben. Und eigentlich wäre jetzt Schluss, aber wir haben eine namentliche Abstimmung. Das heißt, jeder Abgeordnete und jeder Abgeordnete muss eine Karte nehmen. Das sind solche Karten. Die gibt es in Blau, Rot und Weiß. Blau für Zustimmung, Rot für Ablehnung und Weiß für Enthaltung. Und muss die draußen in eine Urne stecken. Am Ende, deswegen sitzen wir hier noch, werde ich dann noch das Ergebnis bekannt geben. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand da oben ist und was erzählt. Nee, das ist jetzt gerade nicht, sind Sie der Lehrer? Ja. Gibt es Fragen? Da wurde gefragt, wie viele Abgeordnete gibt es denn? 736 sind wir aktuell. Wir haben ja gerade beschlossen, dass der Bundestag verkleinert wird. Also nach der nächsten Wahl werden hier weniger Abgeordnete sitzen. Da war eben noch eine Meldung. Nur zu, wir haben gerade Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017